Musik Wäre Ali Du was für Hertha? Ich finde schon, könnte man drüber nachdenken, hat natürlich die letzten Jahre jetzt nicht so performt, aber bringt auf jeden Fall eine Schnelligkeit mit. Kennt die zweite Liga noch vom HSV und muss sich jetzt langsam mal wieder beweisen. Der war zuletzt an Köln ausgeliehen, oder? Ich soll dir sagen, danke, dass du mal wieder dabei warst und die Zeit gefunden hast von Sternenstaubobo. Der muss nämlich jetzt ins Bett. Jute Nacht. Und bei Buletten Borschi bedanke ich mich noch für halbes Jahr Stufe 1 Abo, vielen Dank. Geiler Name. Was würdest du denn, weil wir über Flügel gesprochen haben, von Farid Ali Du halten? Ein Abstand. Warum? Boah, weiß ich nicht. Für die zweite Liga? Wie fandest du ihn denn damals beim HSV in der zweiten Liga? Boah. Wie viele gute Spiele waren es denn insgesamt jetzt? Oh, warte, jetzt werde ich gerade zurückgerufen. Jetzt muss ich nochmal kurz machen. Ich gucke mal, wie viele gute Spiele es waren. Ich finde den nicht so schlecht. Wenn du ihn leihst, Kaufoptionen, hast du ja nicht so ein großes Risiko. Große Teile des Gehalts zahlt dann von Rob Cheng der Klub, nämlich Eintracht aus Frankfurt. Aber ob er jetzt der spielstarke Flügelspieler ist, weiß ich auch nicht. Deswegen sage ich ja, das wäre ja sogar ein Kevin Sesser. Ich weiß bloß noch nicht, ich habe ihn auf dem Flügel nicht so viel gesehen, dann eher im Zentrum. Der war immer ganz gut da drin, sich auch so um seinen Gegenspieler zu drehen und dann auch mal ins Dribbling zu gehen. Aber ich weiß nicht, wie Sesser ist, wenn er auf einen Spieler zuläuft und ihn ins 1 gegen 1 verwickelt. Tom macht die Verhandlung, genau so sieht es aus. Wäre Ant via Jay das fehlende Flügelprofil, findet ihr den sehr spielstark? Ich finde ihn halt sehr quirlig, sehr schnell. Der wäre schon auch so ein 1 gegen 1 Spieler, aber auch eher für die Tiefe. Bei Bochum hatte der ja immer sehr, sehr große Räume vor sich, weil die ja immer so schnell umgeschaltet haben. Teilweise auch über Riemann. Was ist eigentlich mit diesem Riemann jetzt? Was machen die mit dem? Der hat dann ja mal sehr viel Wiese vor sich gehabt. Das kann ja Winkler eigentlich auch ganz gut. Und ich finde, manchmal unterschätzt man auch, was Winkler dann für Flanken schlagen kann. Aber der braucht halt immer ein bisschen Platz, aber der kann sich ja auch noch weiterentwickeln. Haui 2000, danke für dein Prime-Abo, du hast hier einen Hype-Trainer eingeläutet. Sieben Monate am Start, euch beiden hört man einfach zu gerne zu. Danke an Benni und dich. Danke für die netten Worte, mein Lieber. Antti Ajay war schon ein Gerücht bei uns, weil der ablösefrei ist und Okugawa. Aber Okugawa hat mich jetzt sehr enttäuscht, auch bei der Laie beim HSV hat er ja gar keine Rolle gespielt. Bei Augsburg hat er keinen Fuß reingekriegt. Okugawa fand ich halt echt gut bei Bielefeld, weil er da so noch herausgestochen ist als einer der wenigen. Aber er hat dann in den letzten, Okugawa ist natürlich auch interessant, weil der sehr flexibel auch einsetzbar ist. Der kann ja vorne eigentlich fast alle Positionen bekleiden, aber die letzten Stationen haben mich schon ein bisschen, hätte ich besser erwartet von ihm. Ja, also ich habe, habe ich tausendmal doch schon gesagt, ich habe ein Grundvertrauen in Benni Weber und Timon Pauls, dass da ein Qualitätssieg ist. Die machen das schon. Die machen das, also ich finde es, by the way, echt Props an jeden Einzelnen. Ich finde es krass, wie viele gute Spieler ihr immer habt dafür. Voll geil. Was sagst du zu Blessin, zu St. Pauli? Der war in Belgien zuletzt, ne? Ja, ja, der war bei Union St. Judoa. Ich glaube, Pauli wird es richtig, richtig, richtig schwer haben in der Bundesliga. Ich weiß gar nicht, was die für ein Auftragsprogramm haben. Aber ich glaube, das wird keine schöne Saison für Pauli, ehrlicherweise. Ich glaube, die gehen sang und klanglos wieder runter. Ich frage mich, wer da noch unten mitspielen wird. Oh Mann, ey, ich kann nicht mehr mehr schreiben. Bundesliga-Spielplan. Kiel, glaube ich, wird überrascht. Ich glaube, die werden sich halten tatsächlich. Gladbach, glaube ich, wird es richtig schwer haben. Bochum habe ich ganz unten mit dabei. Und Pauli, das wären so die drei Teams. Und du musst halt gucken, was Heidenheim mit Dreifachbelastung macht, ne? Heidenheim sehe ich auch sehr kritisch, Alter. Die haben mir jetzt Kaufmann geholt, ne? Ich wundere mich, dass bei Beste, dass der noch da ist. Dingchi ist weg. Wenn die Beste verlieren, dann wird es echt schwierig. Glaube ich auch. Ich glaube halt bei Pauli, dass die noch ein paar Spieler verlieren werden. Also, Erik Smit kann ich mir sehr gut bei einem anderen Bundesligisten vorstellen. Elias Saad auch. Also, die haben als erstes gute Spielen. Heidenheim haben sie, dann Auswärts Union, Auswärts Augsburg, Heim, Leipzig, Freiburg. Boah. Mal gucken. Ja, Pauli. Was sagt denn dir dein Bauchgefühl bei Pauli? Ich habe noch nicht ein Spiel von Blessin gesehen, kann ich nicht so sagen. Aber Hartel ist ein herber Verlust. Die müssen gucken, dass sie den Rest des Kaders so weitestgehend zusammenhalten natürlich. Und die Frage ist, es war ja auch ein gewisses Selbstverständnis da in der letzten Saison, weil sie ja in der Saison davor mit Hürzela auch schon diese krasse Siegesserie hatten, falls du dich erinnerst. Ich weiß gar nicht mehr, wie viele Spiele das hintereinander waren. Das war so crazy. Ich bin da auch gespannt. Ich bin auch gespannt. Wie heißt der Torwart nochmal? Jo, gute Frage. Wir sind beide richtig gut mit Namen. Fällt mir immer wieder auf. Der Torwart heißt... Jot finden? Vasil. Vasil. Will ja immer viel mitspielen, aber bei dem, weiß ich nicht, in der Bundesliga könnte das, ich glaube, das eine oder andere Gegendor verursachen. Ich bin mal gespannt. Die haben auch gar keine Neuzugänge, ne? Also die haben... Scott Banks haben sie, glaube ich, fest verpflichtet, ne? Keitel, haben die den fest verpflichtet? Nö, stand jetzt, sehe ich ihn nicht im Kader. Ne, der geht zu Stuttgart, oder? Ja. Keitel, der war doch auch letztendlich, weil die Letztung war... Äh, nicht, wie heißt der denn, den die ausgeliehen hatten hier? Philipp Treu. Ne, den haben sie ja verpflichtet, ne? Stimmt, der hat aber auch auf entspannenden Wadenbeinbruch. Ich meine jemand anderen, die heißt, ihr wisst bestimmt, wen ich meine. Ich muss erstmal wieder reinkommen. Robert Wagner, Robert Wagner, hatten sie... Haben die verpflichtet? Haben sie verpflichtet, geliehen von Freiburg. Gerücht ist... Chemlein, meinte ich, sorry, nicht Keitel. Wadenbeinbruch hat mir aber gut gefallen eigentlich in der zweiten Liga bei Greuther Fürth. Aber mal gucken. Es kommt auch darauf an, welche anderen Mannschaften vielleicht underperformen. Also Gladbach sehe ich auch schwarz, ey. Ganz herzlich dein Michael P-Punkt. Jessic, BSC, danke für dein Stufe 1, aber 14 Monate am Start. Ich glaube, dass Gladbach Kandidat ist für die erste Trainerentlassung, weil der extrem angeschlagen bestimmt in die neue Saison geht. Ja, die spielen auch. Spielen die nicht direkt gegen Leverkusen? Das weiß ich gar nicht. Habe ich mir noch gar nicht angeguckt, aber... Eröffnungsspiel ist Gladbach-Leverkusen. Na, viel Spaß. Warte, die haben als Auftaktprogramm. Gladbach spielt danach auswärts in Bochum. Wenn sie das erste Spiel verloren haben gegen Leverkusen, geht es dann nach Bochum. Dann Heim-Stuttgart. Alter. Aber gut, Stuttgart weiß man ja auch noch nicht so richtig. Auswärts Frankfurt. Die werden eine gute Saison spielen. Heim-Uni. Ja, die haben schon ein schweres Auftaktprogramm. Also Kicktipp, erste Trainerentlassung. Ja. Ja, weil der einfach schon so angeschossen reingeht. Ich glaube, ich hatte das heute schon mit Nico im Talk gesagt. Ich glaube, wenn die nicht einfach Kontinuität reinkriegen wollen würden auf der Trainerposition, weil sie so viele Rotationen hatten, dann wäre der ja auch nicht mehr Trainer nach dieser Katastrophe. Auch wenn es eine Umbruchssaison war, war das ja eine Katastrophensaison. Die haben Glück gehabt, dass da Teams unten drin waren, die richtig bodenlos waren. Muss man so ganz klar sagen. Jessic BSC, danke für dein Stufe 1 Abo. Und vielen Dank für 45 Bits und Buletten. Borchi, danke auch nochmal für 100 Bits. Und Tom Berlin, mein Namensvetter, danke für dein Prime Abo. 17 Monate am Start. Vielen, vielen Dank euch. Also Buletten Borchi hat mich mit seinem Namen. Einfach geil. Der hat dich abgeholt, ne? Ja, der hat dich abgeholt. Guter Mann. Dann lass uns doch mal bei Stuttgart bleiben. Die haben ja auf jeden Fall eine schwierige Aufgabe vor sich, machen aber sehr, sehr viele Zukunftsverpflichtungen. Sehr, sehr viele junge Spieler werden jetzt aber sicherlich auch mal den einen oder anderen Erfahrenden brauchen, gerade wenn sie Dreifachbelastung mit Champions League haben. Jetzt ist natürlich Girasie-Ersatz. Da wollten sie ja eigentlich Demirovic verpflichten. Ist das noch nicht fix? Ne. Augsburg will wohl 25 Millionen. Und Stuttgart ist noch unter 20 mit ihrem Angebot. Und da kam heute, das hatte ich dir am Telefon schon kurz gesagt, kam heute das Gerücht auf, dass André Silva, das ist auch so lustig, eine günstigere Alternative als Demirovic sein könnte. Weil der könnte wohl für 12 Millionen gehen, obwohl der ja nur noch einen geschätzten Marktwert von 6 Millionen hat. Was hältst du denn von André Silva? Ich finde ihn eigentlich ganz spannend, auch wenn er die letzten Jahre natürlich überhaupt nicht performt hat. Ne, das stimmt. Ich weiß gar nicht. Der war bei Sociedad, ne? Genau. Und da hat er aber auch, also er war kein Stammspieler, hat 19 Einsätze gehabt, drei Tore, wettbewerbsübergreifend. Bei Leipzig hat er ja auch nicht gepasst. Aber wir haben ja schon mal gesehen, zu was er in der Lage ist eigentlich bei Frankfurt. Ja, ist auf jeden Fall ein guter Mitspielender Stürmer. Ich bin, also erst mal muss ich sagen, ich bin positiv, was die Stuttgart-Transfers angeht. Ich glaube, da werden noch einige Win-Now-Spieler kommen. Und André Silva ist ja so jemand, ne? Hat schon ein bisschen was erlebt. Ich glaube, in einem richtigen System kann der auch funktionieren als eine Art Wandspieler. Ich finde, der ist doch gar nicht so undynamisch, ehrlicherweise. Ne, der ist eigentlich nicht undynamisch. Also ich weiß nicht, wie es jetzt ist. Ich habe jetzt bei Sociedad, habe ich mir nicht angeguckt. Aber ich fand, der hat auch gute technische Grundlagen. Der hat auch schon Champions League gespielt. Wäre also auch dahingehend so ein Spieler, der die Leute mitreißen kann. Und was wir ja letztes Jahr, die letzten Jahre gesehen haben, das letzte Jahr gesehen haben, dass eben ein Sebastian Hoeneß die Spieler besser machen kann. Auf ihrer Position und wie sie eingesetzt werden und im Verbund. Und Silva hat es ja schon mal gezeigt. Ja, also ich würde das auch begrüßen. Also 12 Millionen finde ich immer noch viel. Der hat noch Vertrag bis 26. Also bei 9 oder 10 Millionen, vielleicht sogar eher 8, hätte ich gesagt, ja, machen. Weil der wird auch nicht wenig Gehalt verdienen. Obwohl man da auch sagen muss, das wäre schon fast seine letzte Chance, sich auf dem Niveau zu beweisen. Also was ich geil finde, ist, dass die Fabian Rieder geliehen haben. Ja, mit Kaufoptionen, glaube ich sogar. Mit Kaufoptionen geliehen haben. Jetzt würde mich mal deine Meinung interessieren. Bei André Silva sind wir uns, glaube ich, eigentlich für den richtigen Preis machen. Du hast einen Spieler, den Sebastian Höldes hinbekommt. Was machst du denn mit Dennis Underf? Weil bei den Summen, die gerade aktuell rumkriegen, würde ich sagen, macht es nicht. Das kannst du wirklich. Also so geil, wie der ist und so gut, wie der auch nach Stuttgart passt und seine Art. Aber du kannst nicht so viel Geld für Underf ausgeben. Weil Stuttgart muss natürlich, Stuttgart kann ja auch keine Transfers durchführen wie ein FC Bayern, wo sie sagen, ist uns egal, ob der einen Weiterverkaufswert hat. Ja, ja. Dann machen sie ja den, ich meine, sie bauen ja jetzt den Kader so auf, dass sie das Geld, was sie einnehmen und diese Champions-League-Einnahmen nutzen wollen, um langfristig was aufzubauen mit diesen jungen Spielern, die sie alle verpflichten. Dann kann ich nicht, das geht einfach nicht. Das ist einfach zu viel. Plus noch, ich meine, Gehalt würde er vielleicht sogar Abstriche machen, wenn er sich wirklich wohlfühlt. Aber wir hatten ja auch schon mal drüber geredet. Wer weiß, vielleicht plant ja ein Hürzeler auch mit ihm. Ich glaube nämlich, ja. Also er hat ja relativ klar gesagt, dass er gerne in Stuttgart bleiben wollen würde. Wir sind jetzt, was ich heute gelesen habe, sind sie ja schon bei über, also Brighton wird über 30 Millionen haben für ihn. Ich habe gelesen, im Kicker, Gesamtpaket, alles drum und dran, 50 Millionen. Das kannst du nicht machen. Das geht nicht. Das kannst du nicht machen. Selbst wenn es dann 40 oder so sind mit Gehalt, das geht einfach nicht. Vor allem, ich spreche ihm die Qualität überhaupt nicht ab, aber es war jetzt eine Saison und da hat jeder funktioniert bei Stuttgart. Ja, ja. Das ist viel zu risikoreich. Also, ich finde es echt schwierig. Ich weiß gar nicht, wie dieser, ich finde dieser Deal, der war auch ein bisschen kurios. Also Brighton hat es natürlich wieder super clever gemacht, dass sie sich die Optionen so zurechtgelegt haben, dass sie am Ende den größten Vorteil daraus haben. Das ist einfach so typisch Brighton. Ich finde es auch ein bisschen affig, dass es viele Fans gibt, die sich darüber beschweren, weil ihr würdet es auf der anderen Seite feiern. Also viele VfB-Fans, die jetzt Brighton scheiße finden. Ich glaube, andersrum würde man es feiern, wenn es der eigene Verein immer so machen würde. Ist einfach gut ausgehandelt. Genau, dass du immer am längeren Hebel sitzt. Ich glaube sogar, dass Stuttgart eine Kaufoption hat und Brighton einfach, wenn ich es richtig verstanden habe, die Rückkaufoption einfach gezogen hat. Genau. Und sie jetzt, glaube ich, einfach 30 Millionen plus haben wollen, weil die Kaufoption Nacka war irgendwie 18 oder sowas. 18 oder 20 Millionen und die Rückkaufoption war bei 25. War knapp drüber. War irgendwie knapp drüber. und ist jetzt ein deutscher Nationalspieler, hat in der Saison komplett überzeugt und die wissen halt, dass sie wahrscheinlich irgendwo so ein Geld generieren können. Oder sie nutzen ihn selber. Ich glaube halt, dass es Vereine gibt in der Premier League, die da 50 Millionen Ablöse draufwerfen. Wunder pro. Also spätestens, wenn er eine Saison spielt bei Brighton. Ja, wunder pro. Dann kommt Chelsea und zahlt noch mehr. Ja, es ist schwierig, weil, hat gerade einer schon reingeschrieben, weil halt schon so viele Säulen gegangen sind. Das ist halt einfach bitter. Mit Anton, mit Girassi. Ist halt schwierig. Ja, also Girassi ist, glaube ich, der Verkauf wird richtig schwer wiegen, muss man ganz ehrlich sagen, weil den kannst du nicht 1 zu 1 ersetzen. Der hat halt so ein Profil, was so unique ist irgendwie auch in der Bundesliga. Ja, ich finde aber den Demirovic-Koll finde ich schon sehr gut. Also das, den könnte ich mir sehr gut da vorstellen. Das ist halt die Frage. Ich glaube, du kannst nicht Undaf und Demirovic machen, ehrlicherweise. Du musst dich halt für einen entscheiden. Und da bin ich halt beim Gesamtpaket eher bei Demirovic. Weil ich sehe bei dem halt irgendwie auch noch ein bisschen, also ich sehe bei dem auch Potenzial. Ich glaube, Undaf spielt halt sehr nah an seinem Maximum gerade, ehrlicherweise. Ja, und Undaf ist auch nochmal ein paar Jahre älter. Also gegebenenfalls, wenn Demirovic in der Champions League funktioniert, auch nochmal Weiterverkaufspotenzial. Aber wenn du einen noch teureren Undaf holst, da ist kein Weiterverkaufspotenzial. Also was soll da noch passieren? Ja, das stimmt. Und ich lese auch gerade, Julian, guter Einwurf im Chat, as always. Führig geht ja auch noch. Also da eigentlich brechen alle Säulen weg, ne? Außer Stiller. Ja, und Mio, ne? Und Ito ist ja auch gegangen. Ach stimmt, der ist ja auch noch weg. Der tut natürlich auch richtig weh, der Abgang. Aber sie haben, ich glaube, sie haben einen Innenverteidiger schon verpflichtet. Von Feyenoord, glaube ich, ne? Henriksen? Ja, der soll richtig gut sein. Auch für kleines Geld. Die haben ja Krätzig auf jeden Fall geliehen. Finde ich mega spannend. Ja, stimmt. Der war gut in Österreich, ne? Ja, ja. Der ist sehr gut. Fabian Rieder, wie gesagt. Also ich finde, du brauchst jetzt halt, du brauchst jetzt so zwei, drei Win-Now-Spieler. Ich kann mir vorstellen, dass der Hendricks eine gute Rolle spielen wird da. Also dass jemand ist, den du reinwirfst. Dann hast du... Ach, Chabot haben die ja noch geholt. Stimmt, den vergesse ich immer. Chabot haben sie geholt für kleines Geld. Ja, das ist schon... Also der Kader holt mich schon ab, ehrlicherweise. Wenn du da jetzt noch zwei, drei... Wenn du Demirovic noch dazu bekommst... Und einen Führig-Ersatz bräuchtest du halt noch, ne? Ja, ja, das ist klar. Das ist klar. Voltemade. Da bin ich mal gespannt. Hab gehört, der soll auf einer ganz anderen Position spielen. Also gar nicht auf neun oder zehn, sondern eher auf der acht. Acht, okay. Muss man erst mal gucken, wie sie es dann spielen wollen. Sie haben ja auch noch Stair-Gyu, auf die sie... Also es gibt ja noch Stair-Gyu und Ruho, auf die sie ja auch noch setzen wollen. Also die haben ja in den letzten Jahren auch viel richtig gemacht mit den Transfers. Sie hatten bloß nicht den richtigen Trainer teilweise dafür, dass es diese Breakout-Season wie jetzt mal gab. Was natürlich auch völlig krass war, aber sie machen ja schon interessant... Es ist ja das Gegenteil von dem, was Union beispielsweise gemacht hat in der Champions League. Das ist auch clever, dass sie jetzt nicht einfach... Also früher wäre es typisch Stuttgart gewesen, wenn sie nach einem erfolgreichen Jahr erstmal die ganze Kohle für drei Spieler raushauen. Das machen sie jetzt schon cleverer, dass der Kader ganzheitlich besser wird. Ich bin gespannt. Wie gesagt, da fehlen mir... Also ein Flügelspieler. Carazzo ist ja glaube ich jetzt Kapitän sogar. Der wird bleiben, ne? Dann brauchst du einen Flügelspieler, du brauchst einen Stürmer. Das ist klar, wahrscheinlich brauchst du sogar noch einen Innenverteidiger mit dazu. Außer dieser Hendriksen startet direkt durch. Ja, auch das halte ich nicht für unausgeschlossen. Ich glaube, wenn du... Wenn der VfB in der Saison spielt, irgendwo zwischen sechs und neun, dann ist das gut. Sie haben als Wohlgemut, hat als Ziel ausgegeben, neun bis zwölf. Aber ist ja klar, dass er sowas erstmal sagt. Es ist halt extrem bitter. Oder hast du das mitbekommen, diese krassen Anfeindungen gegen Waldemar Anton? Ja, und ich... Soll ich dir ehrlich was sagen? Ich kann die Frustration bei den Fans verstehen. Ja, safe. Das ist ja auch bei ihm mehr als bei allen anderen Spielern, die gegangen sind. Ja, ja, voll. Also ich glaube, das große... Kaltschö Berlin hat das... Also ich glaube, Niklas oder Nico, dem das sehr gut gesagt. Ich kaufe halt Waldemar Anton auch ab, dass in den Momenten, wo er diese Liebesbekundung gemacht hat, dass er das auch so gefühlt hat. Also dass er sich so mit dem Verein identifiziert hat. Es ist halt ein bisschen bitter, dass er den Vertrag verlängert und da diese Klausel halt mit drin ist. Ich kann es ihm aber aus menschlicher Sicht überhaupt nicht verübeln, dass er dann sagt, es kommt halt ein Angebot, wo er mehr Geld verdient. Wo er wahrscheinlich über zwei, drei Jahre hinweg die Chance hat, Champions League zu spielen. Wo er eine gute Chance hat, weiter bei der Nationalmannschaft zu bleiben. Ja, die Aussagen waren halt dann einfach unglücklich. Ich kann die Fans verstehen, den Wechsel kann ich ihm aber nicht übel nehmen. Ich würde sowas nie jemandem übel nehmen, weil ich finde es immer einfach gesagt, ja, der verdient doch genug Geld, kann man darauf verzichten, finde ich immer zu einfach gesagt. Du hast noch nie so ein Angebot bekommen. Krieg mal so ein Angebot und dann lehnt es mal ab. Aber ich finde halt es einfach ehrlich gesagt dumm, sich so zu verhalten, weil er hat sich ja schon eine Ausstiegsklausel reinschreiben lassen. Dann musst du dich, du hast auch ein Beraternetzwerk, die werden von den ganzen PR-Leuten vor den Interviews gecoacht, dann lass dir sagen, was du sagen sollst. Also sorry, aber das kann ich dann, auch wenn du es in dem Moment fühlst, du weißt doch, wenn du eine Ausstiegsklausel drin hast, dass du gehen kannst. Ja, plus, das muss man auch ganz ehrlich sagen, der VfB hätte diese Spielerqualität nicht bekommen, wenn sie keine Ausstiegsklausel mit reingebastelt haben, hätten. Weil da machen ja Spieler, wenn sie wissen, sie haben eine Ausstiegsklausel drin, also die wetten ja mit so einer Ausstiegsklausel auf sich selber, im Endeffekt, und verzichten dann an anderer Stelle, das hat Rob Chung gerade reingeschrieben, korrekterweise, die verzichten dann ja meistens auf Gehalt oder Prämien, wenn sie so eine Ausstiegsklausel drin haben. Und deswegen waren die Aussagen unglücklich. Der wusste mit Sicherheit auch, dass er beim passenden Angebot geht, aber ich kann es ihm trotzdem in den Momenten manchmal nicht, weil das ist halt auch ein Mensch, also wenn der das so fühlt, in der Situation, dass er sich so verbunden fühlt mit dem Verein, okay, es ist halt einfach scheiße gesagt. Dann sagt man halt nicht, warum sollte ich gehen? Dann sagt man, ich habe jetzt erstmal mein Commitment gegeben, weil ich mich wohlfühle, aber man weiß im Fußball nie, was passiert. Ja, genau, das ist, er hat es einfach scheiße ausgedrückt und dementsprechend, weiß nicht, andere Frage, glaubst du, weil er mal Anton wird das Level halten, Qualitätslevel über die nächsten Jahre? Das ist wieder eine andere Frage. Ich fand ihn diese Saison wirklich überragend, also auch teilweise in der Spieleröffnung, ich erinnere mich noch an diesen einen Ball, ich glaube ein paar Sekunden gegen Freiburg, also der hat mich komplett abgeholt, aber es hat ja, nochmal, es hat ja jeder auch perfekt funktioniert in der Mannschaft und Mittelstädt wurde Nationalspieler in der Mannschaft und ein Stiller, der vorher keine Rolle mehr bei Hoffenheim gespielt hat, wurde der Sechser. Also das muss er dann auch erstmal zeigen, dass er diese Rolle so einnehmen kann bei so einem großen Klub, wo die Erwartungen auch nicht niedrig sind. Ja, das stimmt schon, also da bin ich gespannt, ob er, also ich hab schon, ich glaube, der BVB wird eine gute Saison spielen unter Nuri Sahin, ich glaube, der passt auch prinzipiell rein. Wie alt ist Waldemar Anton jetzt? 28. Das ist halt auch einfach ein Lieder, ne? 28, bestes Fußballer, Alter. Oder? Der ist 27. 27, ja. 96, Alter. Man kann ja den Schritt auch verstehen, weißt du, zu einer Mannschaft, die dauerhaft international vertreten ist und so, ne? Krasse Gehaltserhöhung, das ist ja gar nicht nachvollziehbar, gerade wenn er auch seine Rolle in der Nationalmannschaft behalten wird. Ich frage mich, kannst du ja mal von deiner Seite sagen, ob Ta dieses Niveau halten wird, wenn er wechseln würde? Das ist eine gute Frage. Ich kann anders als viele andere den Move verstehen, dass du sagst, du willst dir Licht abgeben und Ta holen, also weil man bei Bayern, glaube ich, verstehen muss, dass es nicht ums Alter geht, sondern um die Qualität von einem Spieler und was sie das Profil gibt, weil sie halt nicht auf den Wiederverkaufswert angewiesen sind. Ja, machen sie ja eh nie so eine Transfers. Genau, und dementsprechend kann ich es nach der letzten Saison verstehen. Ich glaube, in einem richtigen Setup, mit der richtigen Idee von Fußball, kann ich mir es sehr gut vorstellen bei Ta. Ich finde, er hat doch in den Spielen, wo er gespielt hat, eine gute Euro gespielt, ehrlicherweise. Das letzte Spiel fand ich jetzt nicht ganz so gut. Ja, aber der gibt dir schon viel auch an. Das ist halt auch einfach ein Typ, ne? Ich glaube, das ist einfach ein Leader. Das ist doch ein gutes Tempo. Gutes Tempo. Ich weiß gar nicht, wer mir das immer erzählt. Ich glaube, Flo war es. Flo sagt ja immer, dass er langsam ist, aber das stimmt einfach nicht. Ich finde ihn sauschnell. Ich glaube, er ist einer der schnellsten Spieler der Bundesliga, ne? Der ist megaschnell. Gerade für einen Innenverteidiger bei der Größe, etc. Aber ich meine, Bayern, wenn sie ihn verpflichten für das Geld, hat auch nicht das große Risiko wieder mal, weil es ist ja nicht teuer. Er kostet ja keine 80 Millionen. Ich glaube, Leverkusen will, also korrigiert mich gerne, ich glaube 40, ne? Aber der hat doch nur noch ein Jahr Vertrag, ne? Oder 30 wollen sie auf jeden Fall, weil die Ausstiegsklausel ist abgelaufen. Achso, die ist jetzt schon abgelaufen? Die war 15. 18, ich glaube 18 Millionen war die Ausstiegsklausel. Ja gut, dann ist es natürlich nochmal was anderes, aber an sich, was Bayern gerade für Transfers macht, ist schon krass, ne? Wenn man noch so sieht, wer vielleicht noch kommen soll. Die holen mich komplett ab, die Transfers. Ich glaube, Bayern zerlegt nicht alles. Also wenn die wirklich noch Xavi-Simmons holen. Dejeri Douai wäre so krass. Palinja hätte ich lieber Onana gehabt, ehrlicherweise. Aber der wäre noch teurer, oder? Ne, kosten gleich viel. Also Everton hat das Preisschild bei, ich glaube, 50 Millionen Pfund. Und ich glaube, das bezahlt jetzt Bayern auch ungefähr für Palinja. Ja, könnte sein. Der hat ja nochmal verlängert gehabt dann letztes Jahr im Herbst. Aber ich glaube, hat der keine Ausstiegsklausel? Ne, ich glaube, die hätten so eine Art Gentleman Agreement, ne? Okay, dass er nochmal ein fettes Gehalt kriegt und... Ja, ja, genau. Dass er dann wechseln kann. Ja, also... Der Bayern-Kader ist total krass. Das einzige Problem, was ich sehe, ist, dass sie mit sehr vielen Verletzten in die Saison jetzt gehen. Also du kannst mir erzählen, was du willst. Harry Kane ist bei 40 Prozent. Der kann ja gar nicht mehr laufen. Das ist ja überhaupt nicht vergleichbar mit der Saison bei Bayern. Ne, der ist... Also diese Rückenprobleme, die sind echt crazy bei ihm. Leroy Sané wurde heute operiert. Da haben wir auch schon privat häufig drüber gesprochen. Wer hast du noch? Olysses ist auch mega verletzungsanfällig. Aber ich freue mich richtig, dass der kommt. Also ich habe immer von dem geschwärmt. So geiler Bundesliga-Transfer, wirklich. Richtig geiler Bundesliga-Transfer. Wenn die Xavi halt noch bekommen, wäre das Wahnsinn. Ja. Ich bin jetzt halt mal gespannt, was bei Bayern noch auf der Abgangsseite passiert. Weil, so wie ich es mitbekommen habe... Da steige ich nicht mehr durch. Also verlängern will er nicht. Da würde ich mal die ersten Spiele abwarten. Ich glaube nämlich, dass der Stammspieler wird doch bei Bayern. Goretzka, Abgangskandidat. Werden sie nicht los. Hat er schon gesagt, dass er bleiben will. Den wirst du nicht los. Wie immer. Gnabry wird auch nicht gehen wollen. Ja, auch der hat keinen Markt. Ich glaube, du wirst loswerden wirst du und das vergessen viele auch immer. Der Licht ist halt der Einzige, wo du Geld einnehmen kannst und der einen Markt hat. Ich finde, das darf man bei so einem Transfers immer nicht vergessen. Deswegen finde ich es total schlüssig, den auch aufgrund seiner Nicht-Entwicklung der letzten Jahre und auch aufgrund seiner spielerischen Mängel abzugeben. Weil du halt durch den, wenn du 60 Millionen Ablöse bekommst, plus dieses fette Gehaltsspaß und dafür andere Transfers wie ein Duet zum Beispiel realisieren kannst oder dann nochmal einen Xavi-Simmons zum Beispiel holst, wäre das unglaublich clever. Plus, ich glaube, sie werden commandlos, aber erst sehr spät in der Transferphase. Ich glaube, das ist keiner, den du so zu Vorbereitungsbeginn von der Payroll bekommst. Wenn Davis wechselt, können sie Carliolo holen. Den, finde ich, für Bayern-Niveau ist es nicht Bayern-Niveau bis jetzt, finde ich. Ich glaube, der will gerne einen Linksverteidiger haben, der sehr offensiv ist, der wie ein Schienenspieler agiert. Deswegen, da passt Davis schon gut rein. Ich würde doch bei Davis erstmal abwarten. Ich kann mir gut vorstellen, dass der in der Rolle echt gut funktionieren wird. Ich finde Xavi-Simmons so krass, der wird hundertprozentig nach einer Saison mehr als 100 Millionen wert sein bei Bayern. Ja, hundertpro. Generell diese Manpower, die sie dann haben vorne mit Musiala, Xavi-Simmons, Olysee, dann hast du Sané, wenn fit noch mit dazu, Alphonso Davis, der sehr hoch schiebt. Das ist schon brutal gut. Ich frage jetzt gerade, einer fragt, was denkt ihr über Bowie nächste Saison? Sie haben auch noch Stani Sitsch, der kommt zurück. Ich glaube eher für Ersatz-Hybrid-Rolle in der Innenverteidigung. Bowie, ja. Ich bin ein großer Fan von dem. Ich mag den total gerne. Hat natürlich echt einen Scheiß-Start gehabt bei Bayern. Einen richtigen Scheiß-Start. Sehr gefühlt wie ein Neuzugang. Wird sich, glaube ich, erst mal mit der Rolle als Nummer zwei begnügen müssen auf der Rechtsverteidiger-Position. Aber ich glaube, sie werden Mas Raui abgeben. Nee, der soll gehen, habe ich schon gehört. Ja, das sind generell so ein paar Dinge. Was machst du auch mit Kimmich auf der Position? Er hat auch nur noch ein Jahr Vertrag. Obwohl ich da, das wird mir auch immer heißer gekocht, als es ist. Ich wette mit dir, dass der verlängert. Der hat ja keinen Berater. Der macht ja alles selber. Der hat keinen Berater? Der hat keinen Berater, macht alles selber. Und dass während der EM und jetzt in seinem Urlaub keine Gespräche gibt, ist ja klar. Aber hast du mitbekommen in der Doku, ne? Die Doku habe ich so halb gesehen, ja. Aber auch das wird sich, ich glaube, unter Company wird sich ganz, ganz viel ändern. Aber Bayerns Transfers sind schon eine Ansage wie immer. Einmal nicht Meister geworden und dann geht es richtig ab. Ja, Shoutout an Freunde und E-Ball. Machen sie gut, muss man sagen. Also, machen sie wirklich sehr, sehr gut. Übrigens, by the way, oft drüber schon mit Leuten gestritten, wer richtig geil wieder ist, diese EM, ist Upamecano. Spielt so eine geile EM. Dann kannst du ja mit Flo gerne immer diskutieren. Das kriege ich immer mit. Ja, 100 pro. Also, Basti schreibt gerade in den Chat, was meint ihr? Meiner Meinung nach sollte Bayern für Frimpong gehen. Das würde mega fitten mit Odissi auf rechts. Dann brauchst du halt wieder einen anderen Linksverteidigertypen. Vielleicht hast du auch als Vorgriff auf einen Kimmichabgang die Ito geholt, für so eine Hybridrolle. Hat er ja bei Stuttgart auch gespielt, schon. Dann könntest du Frimpong holen. Ist die Ausstiegsklausel von dem noch aktiv? Weil wenn die nicht aktiv ist, wäre das der nächste Spieler, für den du 80 bezahlen musst. Ja. Bei für 40 würde ich es machen, aber ich würde Kimmich sehr gerne nochmal mit Pep sehen. Ja, ich auch. Dortmund, Pascal Groß, dein Spieler in der Bundesliga. Endlich ist er in der Bundesliga. Ich freue mich echt auf Dortmund. Also, wie ist deine aktuelle Gefühlslage so zum BVB? Ich freue mich drauf. Ich will einfach nur nicht den BVB sehen und alle sagen, ich hate nur, weil ich diesen Fußball mir einfach nicht gerne angucke, sondern, dass der dem BVB-gerechten, offensiv schön ansehnlichen Fußball spielt. Ich finde die Transfers, die sie jetzt machen, alle voll schlüssig. Ich bin gespannt, wenn sie für Girassi abgeben. Ich könnte mir vorstellen, dass Niklas Füllkrug noch trifft. Allaire wird ja wohl auch gehen, oder? Allaire wird gehen. Ich bin mal gespannt, wie sie mit Emre Can verfahren. Das muss jetzt endlich mal ein Ende nehmen. Also wirklich, das muss jetzt endlich dieses... 10 bis 15 Millionen. Ich kann es nicht mehr ertragen, ehrlich. Es muss jetzt irgendwann mal vorbei sein. Der Capitano verlässt das Schiff. Wirklich, die letzten zwei Jahre waren wie ein Fiebertraum. Ey, du kannst dir nicht vorstellen, was bei uns im Deutschlandstream los war, als wir kritisch über Can geredet haben. Warum er dann vorgemacht hat gegen Schottland? Grundloser Hate. Hat man gesehen, wie grundlos der war. Es hat so gut geklappt, dass er zur Halbzeit direkt ausgewechselt wurde. So gut hat das geklappt. Und noch gelb vorbelastet, weil er überhaupt nicht... Die letzten zwei Jahre waren einfach wie ein Fiebertraum. Aber ist genau der richtige Schritt, eine Position mit dem völligen Gegenteil von Emre Can zu besetzen, mit Pascal Groß. Ich glaube, dass der auch Rechtsverteidiger spielen kann. Dann kann er aber Rias auch nicht mehr spielen. Das wäre total bitter. Ja, also... Ja, ich bin gespannt, was sie noch machen. Wie heißt der Zehner, der im Gespräch ist, von... aus Frankreich? Ja. Der FIFA-Spieler, den alle mal bei FIFA hatten. Ach, Ryan Cherky. Ja. Dabei ist er indirekt, wen ich meine, als ich das sage. Ja. Dann können sie ja Felix Metscher gleich wieder abgeben. Ich glaube, der wird eine richtig geile Saisonspielen-Metscher. Bei Cherky ist halt... Ich habe mich da mal richtig lange mit Flo drüber unterhalten. Er hat gesagt, geiler Baller. Weltklasse, Potenzial. Der ist aber Kernschrott einfach in der Birne. Das wäre der auch schon bei einem anderen Klub. Ja, ja, der soll total Kernschrott sein. Und... Ich weiß nicht, ob du so... Es ist halt immer die Frage, du musst immer Potenzial und Leistung gegen die Kabine so ein bisschen abwägen. Also, was hier der Spieler dann bringt auf den Platz und was macht er für die Kabine. Also, weiß ich nicht. Ach so, ja, auch noch interessant. Was glaubst du, wird aus Benze bei Inio und Rote? Rote werden sie verleihen, bin ich mir fast sicher. Dass sie den nochmal irgendwo hin abgeben. Dann können sie ihn ja nochmal nach Kehl verleihen, oder? Glaubst du, die wollen... Dass er gleich bei einer Mannschaft spielt, die ein bisschen weiter oben mitspielt. Ich kann mir vorstellen, dass sie nochmal auf einem Dreierketten-Team gehen. Vielleicht... Also, ich kann mir auch Niederlande oder so gut vorstellen, bei dem nochmal so auf einem... zu einem besseren Klub. Oder wenn er in Deutschland bleibt. Wer hat denn Bedarf? Dann wollen wir mal ganz kurz hier nochmal gucken. Spielplan. Mainz zum Beispiel. Ja. Heidenheim, wenn Beste geht. Mit Tom Rote. Könnte ich mir vorstellen. Dann könnte er sogar Conference League spielen, ja. Ja, das könnte ich mir gut vorstellen. Und bei Benze bei Inio. Hast du noch Aktien bei dem? Naja, ich weiß nicht, ob der jetzt der Spieler ist, den Nuri Schein haben will, oder? Ne. Also, ich würde auch nochmal eine Chance bekommen. Als linker Halbverteidiger im Aufbau würde ich schon sehen. Warte, ich schicke dir... Warte mal kurz. Guck mal kurz bei WhatsApp. Union, wenn Gosens geht. Guck mal bei WhatsApp kurz. Das würde ich ja gar nicht checken. Das wäre krass, ne? Aber von der Spielerseite würde ich es überhaupt nicht verstehen. Ich auch nicht. Ich auch nicht. Also, alles gut. Aber dann macht das Sinn, wenn du einen Linksverteidiger... Also, wenn du jemanden für die rechte Schiene holst, der sehr offensiv spielen kann, und du, wenn sie bei Inio als linker Halbverteidiger hast, würde es schon funktionieren. Dann muss Schlotterbeck halt einen weiter nach innen, und du hast Anton dann halb rechts. Also würde... In der Theorie funktioniert es. Aber wen sollen sie denn dann für rechts holen? Ich weiß nicht. Rote. Nehmen wir einfach Rote. Ja, wen gibt es denn Rechtsverteidiger? Also, Cardiolo wird wohl zu teuer werden, tipp ich mal, ne? Ich weiß bei den türkischen Klubs immer nicht, ob die einfach nicht nur so in die Verhandlungen gehen. Wir würden euch 15 geben, ja, dann wollen wir 40. Ich glaube, es geht gar nicht... Da einigt man sich. Ich glaube, das Problem ist gar nicht die Verhandlungen mit Fenner, sondern einfach, dass super viele Top-Klubs da jetzt mitmischen. Ja. Also in dem Moment, wo Arsenal zum Beispiel einsteigt, hast du halt einfach keine Chance. Ich glaube, so Arsenal holt den. Ja, könnte ich mir vorstellen. Können Kenny holen. Ja. Gerne. Kenny und ab dafür. Zwei Millionen. Zwei Millionen für Kenny. Ja, ist voll schwierig. Also zum Glück wurde dieses Gerücht mit Fabian Rehse als Linksverteidiger schnell zu den Fabian verwiesen. Das war wirklich... Das war auch so ein... Das war Sommerloch. Von wem kam das nochmal? Von welcher Zeit? Sky? Pletti hat das. Aber ein abgeänderter... Ich lese nur so, ein abgeänderter Rolle. Okay, was wollen die mit dem machen? Halbraumstürmer? Oder was haben die jetzt mit dem vor? Linksverteidiger. Ja, ist klar, ey. Voll crazy. Also, ich bin mal gespannt, wen sie da holen. Sie haben ja auch ein paar Spieler, die sie haben wollten, haben sie ja nicht bekommen. Sie wollten ja diesen Jan Kuba-Mintee haben. Der ist jetzt zu Brighton. Mats Wiefer ist auch zu Brighton. Finde ich ultra geil. Habe ich gestern gesehen, ja. Was für ein Stil, dass sie den für 25 Millionen Pfund, glaube ich, geholt haben. Einfach geil. Ich freue mich. Ich bin so krass hyped auf Brighton. Kurz als Auftrag mit Fabi Hürzler und den ganzen neuen Spielern. Ich bin so hyped. Ich würde es Fabi Hürzler auch gönnen. Er ist jetzt wirklich der jüngste Premier League Trainer der Geschichte. So krass, ne? Schön alles von De Cervi kopiert und dann der Nachfolger geworden. Junge, aber was ist das bitte auch für ein Aufstieg vor zwei Jahren Co-Trainer bei St. Pauli, Alter, im Abstiegskampf. Krass, ne? Das ist völlig verrückt. Das ist wie bei FIFA. Ja. Karrieremodus. Und er hatte auch die crazy Frisur, die war fast so crazy wie meine aktuell. Nur seine sahen noch ein bisschen schlimmer aus. Hast du das gesehen bei der PK? Ne. Muss ich mir mal angucken, habe ich mir noch gar nicht angeguckt. Schick dir ein Bild, warte. Jürgen hat geschrieben, ist das jetzt fix, dass Arsenal Calafiori holt? Ich kann seinen Namen nicht aussprechen. Calafiori. Calafiori holt? Den haben wir heute schon am Thema von Tuba gesprochen. Ich habe mich jetzt mehr mit dem beschäftigt durch die EM. Der war ja der Einzige mit Donnarumma in EM-Form. Den fand ich so krass gut. In allen Bereichen. Also der ist in allen Sachen gut. Der ist einfach so ein 2005er-Verteidiger-Region. Mit der Frisur und wie er Fußball spielt und so. Er sieht aus wie Nester. Ja, voll. Ich habe dir bei WhatsApp geschickt. Wie hörst du da aus? Sah bei der PK? Frisurmeinung in den Chat. 1 bis 10. Oh, das ist doch die Star-Wars-Frisur. Ja, Star Trek meinst du. Das ist doch nicht echt. Doch, das so sah aus bei der PK. Oder wenn Kollegah und Farid sich gar nicht drüber freuen über so eine Frisur. Hat der eine Haartransplantation gemacht? Keine Ahnung. Was ist denn das, Digga? Das kann er doch nicht ernst meinen. Ich habe es auch nicht gecheckt. By the way, hast du die Story von Jesus gesehen, nachdem Pauli ausstieg, was er da drunter geschrieben hat? Nee. Was ist das für eine Frisur? Wirklich Playmobil? Ja, die ist crazy, die Frisur. Vor allem dieses Gegrinse dazu noch. Ist ganz crazy. Jesus postet eine Story. So ein Bild hier mit Fabi Hürzeler. Irgendwie zoomt das nicht. Ja, jetzt zoomt. Ah, jetzt. Mit Fabi Hürzeler, so ein Selfie. Warte, ich lese vor. Und da steht, bester Trainer, wünsche euch alles Gute für die erste Liga, aber euer Präsident ist ein intoleranter Hund. Der ganze Verein ist von Politik und Intoleranz zerfressen. Leider nicht mehr repräsentativ für das Viertel. Da hat er sich aber sehr zurückgehalten. Er hat bestimmt erst was anderes geschrieben. Die Story war so geil. Habe ich kaputt gesagt. Was ich hier alles noch für geilen Gossip mitbekomme. Ja, das ist so. Wenn ich mich mal nicht mit EM und Fußball oder zukünftigem Job beschäftigt habe, dann wurden mir solche Memes zugespielt. Und ich fand es sehr enjoyed. War sehr witzig. Deine Einschätzung zu Hertha nächste Saison, Benni. Musst du mal zwei Stunden zurückgehen? Bild ist aber nicht echt. Doch, ich glaube schon. Hat der Präsident bestimmt gesagt. Hat Giz es jetzt erst erfahren, dass Pauli dezent politisch ist? Ja, oder keine Ahnung. Ich weiß nicht, was bei Pauli los war. Vielleicht geht es ihm in eine falsche Richtung gerade oder so. Wofür die früher immer standen. Ja, mir ist es auch scheißegal. Ich finde den Worten und die Story einfach nur geil. Ist einfach lustig. Wie er einfach sagt, Glückwunsch an Hürzeler, aber der Präsident ist ein Hund. Ganz normal, ganz normal. Ja, also crazy. Ich freue mich sehr auf Brighton. Ich freue mich aber auch auf den BVB, ehrlicherweise. Ich freue mich einfach, dass es wieder mit Liga-Fußball, Vereinsfußball losgeht. Ja, also die EM hat mir ultra Spaß gemacht, ehrlicherweise. Hat mir wirklich viel Spaß gemacht. Auch dieses Daily Stream und so hat mir Bock gemacht. Aber irgendwie Vereinsfußball... Kannst du nicht toppen. Kannst du nicht toppen. Und schade, dass man jetzt raus ist. Dann fühlt man sich halt auch schon so wie, ja, als ob es beendet ist. Und es sind für mich auch einfach schade, dass die falschen Teams weitergekommen sind. Ich hätte es der Schweiz mega gegönnt. Ich hätte Deutschland gegönnt, Europameister zu werden. Deutschland und England. Es macht einfach keinen Spaß zu gucken. Also bei aller Liebe. England macht mir keinen Spaß. Das ist einschläfernder Fußball, wirklich. Ja, das stimmt. Ich hatte Karten für England-Italien. Zum Glück habe ich mir die angeguckt. Nee, nicht England-Italien. England-Slowakei. Slowakei. Zum Glück war er mit dem Feierrückzieher-Tor von Bellingham. Das war aber auch krass. Ja, das war krass. Danke nochmal. Peter Knebel hat mir die geschickt. Das war sehr nett von ihm. Und du hast sie einfach arrogant... Nee, ich habe es nicht geschafft, tatsächlich. Ich wäre gerne hingefahren, aber ich habe es nicht geschafft. Ich habe es im Stream angeboten. Ist ja jetzt auch nicht um die Ecke. Keiner wollte sie haben. Ich habe es im Stream angeboten. Keiner wollte die Karte haben. Jens schreibt, ich war leider bei dem Spiel. Chisses durfte nicht zur Aufstiegsfeier. Er hat sich trotzdem reingeschlichen und wurde wieder rausgeworfen. Ach, deswegen hat er so einen Hit. Wahrscheinlich von dem Präsidenten. Ja, wunderbar. Hau ab! Weil er da wieder... Du weißt doch, wie der immer ist. Dann hat er sich wahrscheinlich einen reingetrunken und hat da so rumgebrüllt. Ja, ganz normal wieder. Die Leute haben sich alle belästigt gefühlt. So, wir machen noch drei Fragen von euch und dann war es das für heute. Aber es ist geil, dass du es sagst. Ich freue mich auch so krass auf die Bundesliga wieder. Ich weiß noch nicht, in welcher... Kann ich schon mal sagen. Ich weiß noch nicht, in welcher Rolle ich die neue Saison begleiten werde. Aber ich habe mega Bock wieder drauf. Ich freue mich noch mehr, wirklich nicht nur wegen Hertha, auch wenn sich das mal komisch anhört, auf die zweite Liga, weil die Vereine von den Paarungen, natürlich vom fußballerischen muss es nicht zwangsläufig was Tolles sein, aber viel interessanter einfach sind. Wenn ich nur so sehe, das ist auch kein Hate, aber Heidenheim gegen Wolfsburg ist jetzt kein Spiel, wo ich sage, boah, ich gehe heute doch nicht raus, ich gucke mir das jetzt live an, Freitagabend. Aber Köln gegen Schalke, das will ich mir auf jeden Fall reinziehen. Ja, das stimmt. Also ich freue mich vor allen Dingen wegen Hertha auf die zweite Liga. Ich freue mich mega drauf. Wird geil. Da sind so geile Partien für Stadiongänger einfach auch dabei. Generell, glaube ich, einfach für Fußballromantiker. Ja, safe. Also diese Liga ist ja mit Tradition überflutet quasi. Zirkzee zu Manu, ja, das finde ich Manchester United ein sehr geiler Transfer. Die Frage ist, was machen sie jetzt daraus? Aber Hölljund und Zirkzee finde ich schon sehr, sehr anschiebend, wie die Jugend heute immer zusammenpflegt. Ich habe ja heute und live gesehen. Ich fühle mich auch richtig gewaltig an. Ich habe ja heute und live gesehen. Dänemark hat mich gar nicht abgeholt. Nee? Nee. Gar nicht abgeholt. Ich fand den halt, ich habe jetzt Manchester ja nicht so viel verfolgt, aber bei Bergamo hat er es schon geil gemacht. Ja, aber also voll schwer. Mal gucken, wie er zur neuen, also ich glaube, die beiden können miteinander gut performen, ehrlicherweise. Aber Zirkzee an sich ja schon mal ein geiler Transfer. Und für alle Stuttgarter, die sich, nee, wer war das? Doch, Stuttgarter, die sich über Breitner aufgeregt haben. Bayern hat eine 50-prozentige Weiterverkaufsklausel. Also wenn es um gemeine Transfers geht, dann ist das, glaube ich, das Masterpiece. Natürlich. Also, wie ist denn das bei Zirkzee gewesen? Der war doch kurz vorm Wechsel zu AC Mainland, dachte ich. Ja. Hat sich aber, glaube ich, wegen der Ablöse zerschlagen. Das kostet der 40, ne? 40 und 20 Millionen kriegt Bayern. Ratso Masterclass noch, ne? Schön. Hat der das noch gemacht? Nee, die haben das doch letztes Jahr erst gemacht. Der war ja zwischenzeitlich noch ausgeliehen. Der Mann der Ausstiegsklauseln. Also, wenn es um Ausstiegsklauseln geht, dann kann es eigentlich nur Braco sein. Der hat nämlich gerne Ausstiegsklauseln gezogen und einfach Geld auf alle drauf geworfen. Ja, aber er hat keine Ausstiegsklausel gemacht. Meinst du? Weil die ist ja überkrass. Die hatten ja auch noch eine Rückkaufoption. Stimmt. So clever ist Braco nicht, sagst du? Das will ich jetzt nicht beurteilen, aber es würde mich wundern. Bei manchen anderen Aktionen von ihm. Siehst du, das war doch Braco. Krass. Verkaufen konnte Braco wirklich gut. Ne, aber ich finde den Zirksee-Diel geil. Achso, sorry. Sorry, ich will nichts Falsches sagen. Der Berater von Zirksee, stimmt, hatte mir Nico heute erzählt, der wollte 10 bis 12 Millionen Handgeld. Was ist denn immer los hier mit den Leuten, ey? Und dann kam United und sagt, ach, nur 10 bis 12 Millionen, gar kein Ding. 40 Millionen Ablöse ist sowieso ein Witz. Ja, ey, das ist so krass. Die haben ja auch, ich finde ja heul und geil und ich traue dem in der Zukunft noch was zu, aber dass die nach einer Serie A-Saison mit neun Toren 80 Millionen für den zahlen, ist doch völlig geisteskrank. Ja, damit hast du dem Jungen echt keinen Gefallen getan. Ich war ein bisschen überrascht, wie schlecht sein erster Kontakt war. Also wirklich schlecht, voll oft verstolpert, aber was nicht ist, kann ja noch werden, ne? Also der hat ja schon ein gewisses Ceiling. Wie hat das er, 21? Ich glaube, die beiden funktionieren ja ganz gut zusammen, weil Xirx ja so ein Raumöffner ist. Den Raum, den heulen und dann bespielen oder belaufen kann. Ich glaube, das passt schon gut. Wir hatten Man United, Entschuldigung, ich glaube Man United soll man ja nicht sagen. Nee, United soll man ja mal sagen. United, die haben ja glaube ich noch ein paar andere Gerüchte, ne? Ich dachte, die holen Goretzka. Ja, ah genau, De Ligt, ne? Wollen sie ja haben. Okay. Für, ich glaube Bayern will 50 Millionen oder 45 haben. Müssen die nicht mal was auf der Außenverteidigerposition machen? Nochmal ein Jahr mit dem ewigen Wan-B-Sucker würde schon gehen. Und Luke Shaw, oder was? Ja, Luke Shaw bin fit, finde ich gut. Aber wird der nochmal so richtig fit? Der sieht immer so... Der sieht immer verbraucht aus, ne? Ja. Ich weiß nicht, also sie wollen, also wen sie haben wollen, ist Branthwaite von Everton. Der wird aber richtig teuer werden, De Ligt. Also in Verteidigung müssen sie auch was machen. Du kannst ja nicht nochmal eine Saison mit Evans und Maguire spielen. Verstehe ich nicht. Evans, Alter, das ist ja so krass. Ja, was willst du machen, ne? Es hat, warte mal, Evans hat den auch ganz häufig mit Außenverteidiger, oder Casimiro hat auch Innenverteidigt. Ja, stimmt. Das war wirklich, das war eins, das Spiel gegen Arsenal, wo er, hast du es geguckt? Arsenal gegen United. Die Highlights nur. Wo er, wo er da 40 Meter das Abseits aufgehoben hat, weil er einfach nicht mehr hinten rausgerückt ist. Was haben die nochmal für Casimiro bezahlt? Ja, 80. Ne, 80, glaube ich. Aber dann nur, weil die Boni-Zahlungen nicht gekommen sind. Es waren nämlich eigentlich über 100. Plus dieses fette Gehalt, was er noch bekommen hat, über 20 Millionen oder so. Ja, der ist Topverdiener, der verdient, was kann ich dir sogar sagen? Gehalt bei United. Sein Jahresgehalt beträgt angeblich 21,24 Millionen. Ja genau, Netto-Jahresgehalt 12 Millionen, ganz normal. Entschuldige, wie wenig Steuern der bezahlen muss. Varan ist weg, ne? Darf man nicht vergessen. Was macht der denn jetzt? Zurück nach Frankreich, oder was macht der jetzt? Also, macht der Körper noch mit bei dem? Ach, wie alt ist denn der? 31 mittlerweile ist auch krass. So krass wie früh, also wie früh, der auf diese Fußballbühne kam und wie lange der auf dem Niveau gespielt hat. Das ist immer ein Innenverteidiger gewesen, wo ich sage, der wurde krass von Sergio Ramos gecarried. Ich habe den auch viel zu gut früher immer eingeschätzt. Naja, das ist safe. Zu Como geht der? Ist doch von Fabrikas, oder? Waran geht zu Como, sind die jetzt in der ersten Liga? Sind die aufgestiegen? Fabrikas ist der Trainer, weiß ich, von dem ich mir mal... Das ist auf jeden Fall ein schöner See. Ja, holender Pro. Da wollte ich immer heiraten, früher an dem See. Du wolltest früher heiraten? Würde ich immer noch, aber an dem See würde ich gerne heiraten, das ist geil. Sind die auch, wenn wir mal gucken. Die sind tatsächlich aufgestiegen. Ja? Obwohl, nee, warte mal. Doch, Erste Liga, ja. Sind aufgestiegen, ja. Okay. Krass. Mit Fabrikas, sehr heftig. Geil. Waran ist ein potenzieller Saudi-Deal. Ich finde, Casimiro ist eher ein potenzieller Saudi-Deal, ehrlicherweise. Casimiro, damit er endlich mal ein vernünftiges Gehalt bekommt. Ja, stimmt. Der hat da so wenig verdient, ne? Ist Nacho nicht jetzt auch nach Saudi-Arabien gegangen? Ja, ja, ja. Nacho ist auch. Como will Hummels, Ikadi und Varan. Hätte was? Ikadi never, Alter. Bevor die den gehen lassen. Nee, das ist... Das ist der türkische Messi da gefühlt, ne? Safe. Nee, das ist Adar Güler. Das ist Adar Güler. Und der war wirklich... Also, der war einfach geil, ne? Bei der... Boah, seine Schusstechnik ist schon... Generell. ...völlig verrückt, ey. Also, es ist natürlich manchmal ein bisschen crazy, was die türkischen Fans, beziehungsweise die Türken aus ihm machen. Weil so... Also, wirklich... Ich habe Videos gesehen, wo die... Also, wo Leute ernst meinten, der muss dieses Jahr den Ballon d'Or gewinnen. Also, das war so... Fiebertraum einfach. Aber der ist schon wirklich... Das ist... Wenn bei dem alles glatt läuft, ist das jemand, der wirklich mal einen Individualtitel gewinnen kann. Weil der so gut ist. Man macht sich ja auch nur so ein bisschen darüber lustig, weil das schon mal so vielen Spielern aus der Türkei gesagt wurde. Aber das ist ein absolutes Ausnahmetalent, natürlich. Nee, der ist wirklich... Ich finde den jetzt schon fast Weltklasse. Der ist einfach saugut. Der ist einfach saugut. Aber Icardi, der wird die Türkei nicht verlassen. Da bin ich mir sehr sicher. Kennst du noch diese Elfmeter-Variante von Icardi? Hol mich ab. Da haben die irgendwie, das scheint erlaubt zu sein, den Ball einfach nur so einen Meter nach vorne gepasst. Ach so, ja, ja. Und... Oder zur Seite? Oder wie war das? Nach vorne oder so? Und dann rennt der Torwart raus, und dann hast du das leere Tor, und er schießt einfach daneben. Ich finde es viel irrenloser, welche Variante er gewählt hat, um seine Frau kennenzulernen, seine jetzige. Sind die noch verheiratet? Wie welche denn? Wanda und er, die Frau, die er seinem Teamkollegen ausgespannt hat. Ach so. Das hat doch Couture mit dem Reuner auch mal gemacht. Ja, ja. Aber bei Icardi war auch mit... Ich hätte was wissen mit... Wie hieß denn der nochmal? Ja, ist auch egal. Naja, aber... Also krass, dass war rangeht. Also sind wir natürlich wieder sehr weit vom Thema abgedriftet. Ziemlich. Was glaubst du denn, was mit Ten Hag passiert? Ich dachte eigentlich, dass es jetzt vorbei ist. Aber er hat ja einen Titel gewonnen, und danach hat er sich ja super verkauft und gesagt... Was hat er danach gesagt? Wenn ihr einen Titel gewinnen wollt, dann bin ich der Richtige oder irgendwie so sinngemäß. Da dachte ich mir auch so, ey, hör auf. Dann können sie ja nächstes Jahr wieder den FL Cup holen. Ja, genau. Also, naja. Es ist halt... Weißt du, wer... Ich hätte gedacht, dass sie vielleicht mit Tuchel gehen. Da weiß ich auch, dass sie gesprochen haben mit Tuchel. Nee, beziehungsweise ist ja sogar öffentlich, ne? Ja, war öffentlich, ja. Dass sie gesprochen haben. Also, weißt du, wer der größte Verlierer ist aus dieser Trainerrohade? Einfach De Zerbi, ne? Ist einfach der größte Verlierer. Wieso ist der bei Marseille? Was ich so mitbekommen habe, ist, dass der... Der ist zu teuer einfach für viele Vereine. Deswegen hat er auch... Also, es gibt ja ganz viele Vereine, die sich deswegen nicht mit ihm befasst haben. Der hat einen 5... Selbst für Bayern war der zu teuer, ne? Der hat einen 15-Mann-Stuff, die alle Kohle verdienen. Er hat 15 Millionen... Also, Brighton hat ja extra die Ablöse gesenkt. Für ihn. Dass irgendein Verein den kauft, weil der einfach im Gesamtpaket zu teuer war. Und hat Marseille einen Investor oder woher haben die so viel Geld? Das weiß ich nicht. Aber Marseille ist halt auch ein Verein, wo ich als Trainer aktuell ungern arbeiten würde, weil da permanent Unruhe ist. Würde ich nicht machen wollen. Ich bin es bitter für ihn, aber der droht gerade krass, in diese Bielsa-Richtung abzudriften. Finde ich. Also, ich war... Ich habe mich echt gewundert, als ich die Nachrichten bei Kekka gelesen habe. Ich habe mich echt gewundert. Ich auch. Ja, aber... Auch da... Ich glaube, United hat einfach eine... Also, es war ja krass. Also, fangen wir mal so an. Es gab ja einen Grund, warum der in einem Brighton-Interview mal erzählt hat, dass er schon Bock hat, nochmal zur neuen Saison zu bleiben, De Cerbi. Weil er, glaube ich, wusste, dass die Möglichkeiten ziemlich runtergegangen sind an Vereinen, die ihn haben wollen, weil er zu teuer ist. Dann ist er halt auch ein Typ. Und da muss ich sagen, das feiere ich halt nicht. Egal, wie einflussreich er inhaltlich ist. Der halt dann einfach sagt so, ja... Ich bin halt so, wie ich bin und ich verändere mich auch nicht. Also, ich werde meinen Fußball nicht ändern. Und ich werde mich als Typ nicht ändern. Und da halt nicht einen Schritt, auf Brighton zuzugehen, war, glaube ich, ein Fehler. Und deswegen glaube ich halt auch, dass United ihn nicht geholt hätte. Weil United, die haben ja jetzt mit Sir Redcliffe, ne? Ist da, glaube ich, mit drin. Der dem, also sehr datenversiert und... Haben jetzt auf jeden Fall mal ein bisschen Struktur in den Verein reinbekommen. Und du willst dir, glaube ich, nicht den Nächsten damit reinholen, der da Unruhe macht. Und deswegen, glaube ich, entscheidest du dich für Ten Hag und für eine Variante, wo du weißt, okay, der konnte vielleicht die letzten zwei Jahre nicht zeigen... Also, wer weiß, wie der Trainer Erik Ten Hag... Genau, Jim Redcliffe, dankeschön. Wer weiß denn, kannst du mir sagen, wofür der Trainer Ten Hag eigentlich steht oder stehen möchte? Weil ich finde, das hast du seit zwei Jahren auf dem Niveau einfach nicht gesehen. Ne, hast du auch nicht gesehen. Da waren immer nur irgendwelche Brandherde gefühlt in diesem Verein. Aber auch teilweise hatte man das Gefühl, dass er es auch nicht perfekt kommuniziert hat mit den Leuten dort. Er ist halt, alles das, was ich so mitbekommen habe, ist, dass er halt heftig alte Schule ist. Also, so diese alte niederländische Schule, super streng und sehr autoritär. Und hat sich so ein bisschen selber verloren. Da lange haben wir mit Martin Raphael drüber diskutiert und gesprochen. Der hat halt zu mir gesagt, du hast schon so ein paar Ajax-Dinge gesehen, aber irgendwie auch immer neben Kriegsschauplätze, nie hat es richtig funktioniert. Doppel Ten Hag wäre gar nicht schlecht damit beraten gewesen, einfach mal einen anderen Step zu gehen. Boah, Junge, Manchester United ist so ein Marktwert-Vernichter, das ist unglaublich. Echt? Unanav ist jetzt 35, okay. Maguire, 18. Mainu ist, glaube ich, jetzt der teuerste. Ne, Fernandes ist der teuerste, aber Mainu hat 50 Millionen Marktwert, okay. Recht, der ist auch krass. Der ist auch übelst gut. Aber hier, Van de Beek, ist ja auch klar, warum, aber 5 Millionen. Mason Mount 35 Millionen, Rashford 60 Millionen, Sancho 30 Millionen, Anthony 25 Millionen. Selbst jetzt ist Rasmund Heulund noch weniger, 65 Millionen weniger, als sie bezahlt haben. Heftig, ne, also wenn du das mal so durchgehst. Van de Beek geht jetzt, glaube ich, für 500.000 zu Girona. Ja, Girona hat den verpflichtet heute. Aber ich hatte gelesen, für ein paar Millionen. Ich glaube, für 500k, glaube ich nur, ne. Ich hatte gelesen, 4 Millionen oder so. Ich gucke mal. Der Chat wird es mit Sicherheit wissen. Greenwood ist ja auch wieder da. Der ist ja erst 22, Alter. Ja, ich hoffe, dass der Typ, der soll nie wieder einen Fußballverein finden. Findet er ja anscheinend. Der hat ja sogar gespielt die ganze Zeit in Spanien. Ja, ist das Bittere leider dabei. Die haben schon ein paar interessante junge Spieler halt auch noch. Mit Garnaccio, Mainu. Garnaccio ist richtig gut. Pelistri kann man mitarbeiten. Diesen Amad Yalo hoffe ich, dass der mal fit bleibt. Der hat doch immer Knieverletzungen gehabt, glaube ich. Der ist auch interessant. Er hat auch nur noch ein Jahr Vertrag, krass. Er hat aber krasse Verletzungsprobleme leider immer gehabt. Also Kobi Mainu ist sowieso heftig. Dann hatten sie auch den einen Innenverteidiger, den ich ganz gut fand. Kambuala. Der hat auch schon ein paar Einsätze. Der ist aber auch gerade verletzt. Ja, as always. Acht Einsätze, Kurzeinsätze schon gehabt. Gut, Lissandro Martinez, musst du auch mal gucken. Bleibt der mal länger als einen Monat fit? Wenn du dann noch De Ligt oder... Für den hat man bezahlt. Auch viel. 57. Ja, sie werfen halt immer, das war das große Problem, sie haben immer so viel Geld auf einen Spieler drauf geworfen, anstatt was mit der Struktur zu machen. Und danach finde ich Underrated, finde ich saugut. Ja, der hat einfach diesen Hate abbekommen für ein paar Patzer. Aber er ist ja ein sehr mitspielender Keeper auch. Sehr moderner Torwart. Du musst einfach mal hier auch diese ganzen alten Strukturen da loswerden. Ja, das Problem ist, solange die Glazers da mit dabei sind, wird es glaube ich schwierig. Junge, dass dieser Evans einfach gespielt hat, das ist wirklich unglaublich. Mit dem habe ich vor 15 Jahren bei FIFA schon nicht spielen wollen. Ja, es ist wirklich, da war der immer Verkaufskandidat Nummer 1. Das hat ja dann teilweise Luke Short, ja auch Innenverteidiger gespielt, als er fit war. Casimiro hat Innenverteidiger, also die hatten auch krass viel Verletzungspech. Weißt du, was auch, welche Story individuell richtig bitter ist, die von Martial, ne? Das ist auch jetzt vereint. Ja, der hat ja noch nichts gefunden, ne? Ne, hat noch nichts gefunden, den haben sie für 60 Millionen damals geholt. Und damals waren 60 Millionen wirklich wie heute 120 oder so. Also das war ein richtiges Brett. Der war auch, da haben Leute früher bei dem gesagt, dass er Ballon d'Or Sealing hat. Der ist sogar Golden Boy, glaube ich, geworden, ne? Der war so, wo war der, Monaco? Ne, bei Sevilla. Doch, ne, er war bei Monaco, dann United, dann ausgeliehen zu Sevilla und jetzt vereinslos. Und bei Monaco, das ist ja auch ein ähnlicher Werdegang. Also wenn man das jetzt mal so vergleicht, es war so Hype-mäßig, wie der Hype dann bei Mbappé war, bevor er zu PSG gegangen ist. Ja, der hat 2015 den Golden Boy Award gewonnen. Das ist echt bitter. Also es ist richtig bitter, was mit dem passiert ist, aber halt auch einfach nur. Ich habe den, glaube ich, noch nie sprinten sehen in den letzten drei Jahren. Wer? Martial, ich glaube, der ist in den letzten drei Jahren nicht... Ach stimmt, der hat eine Ballon d'Or-Klausel mit drin gehabt, ne? Alter, da würde ich aber mal ordentlich Geld überweisen an denjenigen, der da die Verleihung macht. Mach mal Martial. Aber was hältst du eigentlich von Markus Rashford? Der wird ja wahrscheinlich immer bei United bleiben. Der hätte mal vor zwei, drei Jahren wechseln sollen. Ich finde, der fehlt England gerade. Er hat eine scheiß Saison gehabt, aber er fehlt vom Spielerprofile England gerade im Kader. Ist halt ein geiler Umschaltfußballer. Ich habe immer bei dem das Gefühl, der kommt wie viele Spieler einfach nicht mit Herrn Haag klar. Ehrlicherweise. Und der hat halt immer so ein paar Dinge drin, wo du dir denkst, ist der vom Kopf her ganz frisch noch, ne? Also bei so ein paar Aktionen. Aber eigentlich ist es so ein geiler Fußballer, ne? Der hat auch... Ich finde das so krass bei United. Die haben so viele Spieler, wo du sagst, die haben gute Anlagen, aber die noch nie so richtig an ihr Potenzial rangehen. Wobei, ich fand Rashford über viele Jahre, ja, die letzte Saison war jetzt auch nicht gut, aber über viele Jahre war der immer noch so durchweg der Einzige, der da halbwegs Leistung erbracht hat. Ja, ja, aber so richtig entwickelt hat er sich auch nie. Also der war schon, der ist immer auf demselben Leistungsstand irgendwie geblieben. Und auch immer sau unkonstant, ehrlicherweise. Ja, ja. Ja, ich glaube, der hat auch damals, wenn ich mich... Der war ja sehr jung und hat ja sehr jung auf der Neuner-Position gespielt, ne? Und da hat er ja damals, ich glaube, so war das, hat er dann Martial ja quasi verdrängt als ganz junger Spieler. Guck mal, der ist doch erst 26. Der ist erst 26, ja. Was mich total wundert, dass Luke Shaw erst 28 ist. Ja, auch schon, ist schon ewig mit dabei. Also, warte mal, 2016 hat Rashford seine erste Saison gespielt. Ist jetzt acht Jahre her, also mit 18. 18. Er spielt halt seit acht Jahren irgendwie auf dem Level und so richtig Ausschläge nach oben gab es halt nie. Und bei Luke Shaw, ich glaube, bei Luke Shaw würden wir, wenn der nicht so krass oft verletzt wäre, wäre das einer, oder wahrscheinlich sogar mit Abstand einer der besten Linksverteidiger der Welt. Der hat so geile Anlagen. Der war damals auch, der ist ja sehr, sehr früh schon Stammspieler gewesen bei Southampton. Southampton, ja. Genau, und dann haben die den ja verpflichtet, für damals halt viel Geld, irgendwie 40 Millionen oder so. Der spielt seit 2012. Ja, und der war, deswegen dachte ich jetzt auch schon, dass der älter sein wird, aber der war damals richtig hyped, so unter den Außenverteidigern. Zu Recht auch. Zu Recht. Nicht ultra krass. Ich habe damals leider Gottes seine ganz schwere Verletzung im Fernsehen gesehen damals gegen PSWs. Das werde ich nie vergessen. Das war eine der ekelhaftesten Verletzungen, die ich jemals im Fernsehen gesehen habe. Sein Schien-Waden-Beinbruch. Und davon hat er sich... Er hat auch nie wieder diese Athletik vom Körper her bekommen danach, ne? Ja, ich finde, athletisch ist er schon, aber der Körper hat einfach in so ein paar Dingen... Ich glaube, da macht der Kopf da noch nicht mehr mit. Ich habe letztens ein Bild gesehen von seinem... Das linke Bein, habe ich gesehen, ein Bild von seinem Knie, weil er auch Kreuzbandriss hatte. Und von seinen ganzen Narben gesehen, ne? Das sieht wirklich... Alter. Crazy. Aber, ja, geiler... Also, großes What-If, was passiert wäre mit dem, wenn der nicht so häufig verletzt gewesen wäre. Das ist krass, der ist 95. Ja, das meine ich ja. Luke Shaw sieht immer so ein bisschen overweight aus, ohne böse zu sein. Das meine ich ja. Der war früher... Klar, der ist so ein bisschen ein untersetzterer Typ. Aber gerade als er jung war es ja auch normal. Dein Körper entwickelt sich ja auch noch. Aber da war der deutlich drahtiger einfach. Und vielleicht wirkten die Aktionen dadurch auch einfach dynamischer oder... Ja. Oder, ja. Crazy. Wohin soll Nico Williams gehen? Geile Frage. Habe ich heute gelesen, Barca-Gerücht, die angeblich sagen, ja, wir können den bezahlen. Hansi Flick, mach es. Alter, Hansi Flick mit Lamine Jamal und... Äh, Jamal, sorry. Und Nico Williams. Das wäre heftig, ne? Ja. Das wäre heftig. Hansi Flick. Hansi Flick. Was hieß das? Ganz aus Großos. Das ist für mich der größte Fiebertraum, dass der Barca-Trainer ist. Ich bin so gespannt, was der da macht. Vielleicht hat er ja eine Saison, wo er einfach gar nichts mit denen kommuniziert. Er kann ja noch nicht so gut Spanisch. Und dann funktionieren die einfach. Die einfach machen das. Aber er hat das Taktik-Genie Toni Tapadovic mitgenommen. Das kann nur gut werden. Er hat Heiko Westermann mitgenommen. Da muss ich erst mal mein Kumpel, der Barca-Fan ist, sagen. Also, sorry, aber Barca hat einfach ein Meme aus Deutschland als Co-Trainer verpflichtet. Was ist das denn? Ja, es ist wirklich krass. Fehlt nur noch Hans Sarpay. Hans Sarpay und dann Neuverpflichtung Dennis Hussein Basic, sage ich. Für die 10 bei Barca. Hass. Ich freue mich. Was für den Zielen habt ihr bei Lamine Jamal? Weltklasse. Wenn er sich... Ich habe immer ein bisschen Angst bei Barca. Wenn man so... Also, das ist noch mal krasser. Aber wenn man so bei Ansu Fati oder so gesehen hat, die verheizen die Talente nicht in dem Sinne, dass sie die mental überladen, sondern körperlich. Weil diese Körper wachsen noch. Und guck dir mal an, wie oft die dann Probleme hatten. Diese krass jungen Spieler. Petri ist das beste Beispiel. Ja. Also, hätte ich... Hätte ich auch als Problem. Aber ich sage, Lamine, der hat bei mir 93er-Sealing. Also, für FIFA-Rating spreche ich vielleicht. Ja, absolute Weltklasse. Der kann auf jeden Fall auch Ballon d'Or gewinnen. Ja, der wird einen Ballon d'Or gewinnen, bin ich mir fast sicher. Der ist so krass. Das ist wirklich... Der Typ ist wirklich ein Jahrhunderttalent. Ehrlich. Ja. Der Typ ist wirklich ein Jahrhunderttalent. Und dann haben die ja noch... Als Barca's Jugend ist es so krank. Dann haben die ja noch diesen Kubasi. Der ist auch erst 17. Der Typ ist auch wirklich... Der wird... Der wird alles zerlegen. Also, die haben... Guck mal, die Mannschaft mit Ter Stegen im Tor. Links haben die bei D. Kubasi, Araujo, rechts Koundé, De Jong, Pedri, Gavi, Lamine. Vielleicht Nico Williams. Und Cancelo wollen sie auch noch behalten. Alter, das ist... Das ist so verrückt. Und dann Hansi Flick als Trainer. Und Heiko Westermann im Stuff. Und Heiko Westermann im Stuff. Das ist wirklich bodenlos. Aber vielleicht funktioniert es ja. Vielleicht funktioniert es. Fermin Lopez haben sie auch noch. Stimmt. Geil. Superspieler. Superspieler. Barca hat eigentlich... Barca hat so einen krassen Kader eigentlich. Und so kranke Talente. Aber generell, diese spanischen Klubs, die machen so viel richtig anscheinend. Auch in der Nachwuchsarbeit. Ja. Ich weiß halt, dass... Es gibt eine Aussage, die ich so mitbekommen habe, dass ein Spieler vom FC Bayern... Also viele Spieler vom FC Bayern nach Hansi Flick gesagt haben, dass die Mannschaft taktisch verwahrlost ist. Genau. Da haben wir natürlich vergessen aufzuzählen. Ja, klar. Was ist denn mit Lewandowski? Was machen sie mit dem jetzt? Dann wäre es für mich auch ein Wüstentransfer. Das ist, stimmt. Ein richtiger Wüstentransfer. Gucken, ob sie es machen. Nur leider haben sie den schlechtesten Präsidenten der Welt und Hansi Flick. Ja, das eine bedingt auch das andere. Aber gut. Ja, danke für deine Zeit. Es ist jetzt gleich 1 Uhr. Ich muss morgen früh raus. Ja, es ging... Wir werden auch spät angefangen. Ich danke euch, dass ihr dabei wart. Ich danke euch für den Support. Hat wieder sehr viel Spaß gemacht. Und wir werden das auch bald wieder wiederholen. Ich bin... Was ist denn morgen? Morgen ist wieder... Ach so, morgen ist EM-Halbfinale. Morgen ist EM-Halbfinale. Donnerstag könnte es vielleicht sogar soweit sein, weil frei ist. Ja, Donnerstag ist frei. Also ich bin morgen, wenn ich online komme, erst nach dem EM-Halbfinale online. Weil ich ziehe mir das erstmal rein. Dann können wir gerne nochmal online gehen. Es gibt bestimmt irgendwelche neuen Sachen, über die wir sprechen können oder auf die wir reacten können. Jetzt für diese Stelle erstmal vielen, vielen Dank. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Vielen, vielen Dank an Benni für deine Zeit so spontan und deine Expertise. Und dann kannst du ja noch einen Tipp raushauen für die Halbfinals. Frankreich schlägt Spanien. England schlägt die Niederlande. 2-1 Frankreich, 1-0 England. Und hau he. Oh Gott, furchtbar. Ja, ich finde auch furchtbar. Absolut furchtbar. Macht's gut, meine Lieben. Ciao, ciao. 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 Untertitelung des ZDF, 2020